Im zweiten Teil meines Interviews mit Arne Scheel habe ich kurz mit ihm über das Thema gesprochen, ob es denn überhaupt möglich ist, ein Krypto-ETF aufzusetzen, weil ich zu diesem Thema häufig von euch befragt wurde. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was denn ETF-Gesellschaften mit ihren Stimmrechten machen, die sie ja automatisch haben, wenn sie in Aktien investieren. Und ich bin mit Arne einmal durchgegangen, wie er denn ein Weltportfolio aufbauen würde beziehungsweise was so seine ETF-Strategie wäre, die er umsetzen würde. Viel Spaß beim Video! Jetzt habe ich noch eine Frage, wo wir schon mal separat darüber gesprochen haben, also unabhängig von einem Interview, und zwar das Thema Voting Rights. Das ist ja häufig eine Kritik an ETFs, dass gesagt wird, naja, als ETF-Investor komme ich ja nicht meinen Aktionärspflichten nach und wähle nicht, oder beziehungsweise gehe ich auf die Hauptversammlung und nutze dort mein Stimmrecht. Das war das richtige Wort. Das stimmt aber nicht. Genau, und daher meine Frage, wie macht ihr das mit den Stimmrechten, die ihr habt? Wie vertretet ihr da quasi die Interessen eurer Investoren? Und wie macht ihr das bei einem MSCI World, ETF 1300 Hauptversammlung im Jahr zu besuchen? Also erstmal ganz klar, der Investor des ETFs hat natürlich keine Abstimmungsrechte auf Hauptversammlung mehr, sondern das endet beim Fonds, weil der Fonds eben diese Aktien hält. Es ist wichtig und immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, dass auch eben die passiven Investoren ihre Rechte ausüben. Was tun wir? Wir haben uns eine Schwelle definiert, wo wir sagen, wenn wir mehr als diesen Prozentsatz an ausstehenden Aktien besitzen, dann stimmen wir ab. Weil wir sind der Meinung, nur dann haben wir überhaupt eine Relevanz. Wenn wir da 0,00003 Prozent Aktien besitzen, dann ist unsere Stimme egal. Egal. Kommt ja auf die, ach so, Prozentaktien nicht vom Fondsprozentvolumen, sondern von den ausstehenden Aktien der Gesellschaft. Wo ist diese Schwelle? Ich glaube, wir sind bei 0,2 Prozent. Das heißt, sobald ihr 0,2 Prozent an einem Unternehmen haltet, wählt ihr selbst. Dann fangen wir an zu wählen. Im Moment haben wir für uns gesagt, wir machen das für Europa, USA und Japan. Das wird sicherlich auch noch weiter ausgedehnt werden, aber das ist einfach da, wo wir unsere Hauptbestände haben. Was wir gleichzeitig tun, ist, dass wir bei kontroversen Dingen dann auch wirklich mit den Unternehmen uns unterhalten, damit wir wissen, warum schlägt das Unternehmen dies auf der Hauptversammlung vor, damit wir auch eine Hintergrundidee haben, wie sollten wir abstimmen. Okay. Ist aber auch ein riesiger Aufwand, ne? Also ich meine, wenn du überlegst... Es kostet Geld, es ist aufwendig. Okay. Und was wir auch brauchen dafür ist, weil du sagst gerade schon, die Anzahl der Aktien ist ja theoretisch jedenfalls mal unbegrenzt, man braucht jemanden externes, der so etwas im Blick behält und für uns dann einfach Daten zuliefert. Und da haben wir jemanden extern, eine Firma extern engagiert, die uns dabei unterstützt, weil das kann man gar nicht alles im Blick behalten. Das sind dann sogenannte Proxy Advisor, richtig? Das heißt, denen gibt ihr dann die Voting Rights und wie macht ihr das dann konkret? Nicht ganz, nicht ganz. Also wir haben, wie du schon sagst, einen Proxy Advisor, also einen Briefwahlberater sozusagen, weil wir... Eine, wie heißt das deutsche Wort, eine... Ein Bevollmächtigter. Ja, genau, einen Bevollmächtigten, genau. Weil wir gehen natürlich nicht zu den einzelnen Hauptversammlungen hin. Wir müssen da jetzt nicht sitzen und Kaffee trinken und Brötchen essen. Dann würden die ETFs zu teuer werden. Genau, das geht nicht. Mit den Reisekosten. Genau. Keine Chance. Nein, was brauchen wir von dem? Wir müssen von dem erstmal wissen und der aggregiert uns das eben auf ein Format, wie wir es gebrauchen können. Was ist überhaupt in der Tagesordnung? Und was ist anhand von Kriterien, die wir ihm definiert haben, was sind die Themen, wie wir abstimmen wollten? Und dann gucken wir nochmal drüber und gucken auch, passt das denn zu dem, was wir sozusagen als unsere allgemeinen Regeln uns überlegt haben? Und dann geben wir ihm den Auftrag abzustimmen. Also es ist nicht so, dass er autopilotmäßig komplett einfach nur abstimmt, sondern er weiß, wie wir wollen. Dagegen matcht er sozusagen die Themen, die auf der Tagesordnung zur Abstimmung stehen. Dann macht er Vorschläge, wir gucken drüber und gemäß unserer finalen Entscheidung stimmt er dann in unserem Namen ab. Okay, alles klar. Und dafür lassen Sie sich dann auch bezahlen, diese Proxy-Advisor-Firmen. Genau. Okay. Und du hast zwar gesagt, also ich habe ja gefragt, wie die Interessen der Investoren abgebildet werden. Du hast gesagt, es endet quasi beim Fonds, also der Investor an sich hat natürlich kein Voting-Right. Aber jetzt gibt es ja gewisse Themen-ETFs, typischerweise Nachhaltigkeit, wo der Investor ja schon eine gewisse Grundannahme hat. Nämlich die Grundannahme, dass irgendwie nachhaltig geworden wird. Wie stellt ihr das dann sicher? Das tun wir aber auf unserer gesamten Palette. Also das tun wir nicht nur für die ESG, sondern das machen wir auf der gesamten Palette. Und unsere Regeln, die wir uns aufgestellt haben, und die kann man sich auf der Webseite auch anschauen, in jedem einzelnen Teil, wie wir zu jedem einzelnen Thema abstimmen wollen, passen dann eben zu ESG und passen dann eben auch zu den Nachhaltigkeits-ETFs. Mhm, okay. Und wie handhabt ihr das, wenn ihr Interessenkonflikte habt? Also jetzt mal angenommen, ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel. Ihr habt jetzt ein Nicht-ESG-ETF oder irgendwie eine Branchen-ETF-Rüstung. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so etwas habt. Nein, zum Glück nicht. Aber jetzt machen wir mal rein hypothetisch. Es gibt diesen Branchen-ETF-Rüstung. Und dann nach ESG-Kriterien müsste man dafür sorgen, dass quasi der Fonds pleite geht. Oder nicht der Fonds, sondern die Aktien, die da drin sind. Weil ESG oder von ESG-Maßgaben her wollen wir nicht in Rüstung investieren. Das heißt, es ist quasi ein etwas Unerwünschtes. Das heißt, man müsste irgendwie auf der Hauptversammlung dann so stimmen, dass es die Firma halt negativ beeinflusst. Muss es, also wie du schon sagst, hypothetisches Beispiel. Aber muss es die Firma negativ beeinflussen oder will man nicht, dass die Firma sich wandelt? Das finde ich aus meiner Sicht eigentlich das Spannendere. Also wenn man schon einen jetzt hypothetischen angenommenen genau diesen ETF hätte, dann wäre aus meiner Sicht nicht, dass man seine Investoren vernichten möchte und sein Geld vernichten möchte, sondern man möchte eigentlich, dass das Unternehmen sich wandelt und besser wird. Und jetzt im vielleicht extremen Fall, erst hat es noch kontroverse Waffen hergestellt. Vielleicht kriegt man es Schrittchen für Schrittchen hin, dass es dann irgendwas, was Besseres macht. Genau. Wird man das ganz verhindern können? Vermutlich nicht. Aber deswegen würden wir auch sowas als Themen-ETF oder so ähnlich auf keinen Fall anfassen. Aber es ist auch klar, dass natürlich in den großen Indizes sich ab und zu mal so ein Kandidat befinden mag. Arne, wie viele ETFs betreust du oder hast du schon ins Leben gerufen? Wie viele habe ich schon ins Leben gerufen? Ich habe sie nicht gezählt. Okay, aber sind es ja so 50, 50, 70, irgendwie sowas. Okay, also im höheren zweistelligen Bereich. Ja. Okay. Das heißt, du hast ja bestimmt schon verschiedenste Themen abgebildet, Welt-ETFs, regionale ETFs. Daher meine Frage, wie würdest du ein Weltportfolio aufbauen? Also wenn wir sagen, also dieses klassische Weltportfolio, ich würde gerne die gesamte Welt abbilden mit einer gewissen Über- und Untergewichtung von gewissen Regionen. Wie würdest du das machen? Ich würde sogar, Thomas, einen Schritt vorher noch anfangen. Ich würde mir erst mal überlegen, in welche Asset-Klassen, also wo rein will ich überhaupt investieren? Ach so, ich war jetzt echt nur beim Aktien. Genau, wollte ich gerade sagen. Aber ich finde es eigentlich, aus meiner Sicht, sollte es eigentlich eine Ebene vorher anfangen. Wie viele Aktien will ich überhaupt haben? Und dann kann man sich natürlich, das ist deine Frage, nochmal genau Gedanken darüber machen, wie sollen die Aktien genau dann abgebildet sein? Aber genauso spannend ist es sich natürlich auch anzuschauen, wie viel Risikolos möchte ich dabei haben und möchte ich vielleicht noch irgendwas an Rohstoffen haben mit einem Fragezeichen. Ja, also das Risikolose habe ich jetzt deswegen ausgeklammert, weil ich denke, dass das jetzt nicht unbedingt für den ETF-Bereich ist. Du kannst zwar anleihen ETFs, aber die sind derzeit nicht so attraktiv. Für Privatanleger auch nicht wirklich spannend und wie du schon sagst, das Zinsniveau macht es zurzeit nicht wirklich schmackert. Genau, deswegen, also wenn ich diese Wahl getroffen habe, zwischen diesen beiden Risikofrei, Risikobehaftet, wie würdest du den risikobehafteten Teil anlegen? Jetzt mal angenommen, wir machen einen Großteil Aktien, können wir später über andere Asset-Klassen reden, die man über ETFs abbilden kann. Was aus meiner Sicht erstmal wichtig ist, dass man sich darüber bewusst ist, ich bin Euroanleger, sprich ich habe mein Einkommen in Euro und vermutlich werde ich auch später meine Ausgaben, wenn das Ganze dann irgendwie zu einer Deinvestitionsphase kommt, wieder in Euro haben. Das heißt also, aufpassen, wie sieht es mit Währung aus. Natürlich kann man sagen, Währungsrisiken und Aktienrisiken gehören mit dazu, aber trotzdem finde ich, sollte man aufpassen, dass man jetzt nicht alles zum Beispiel in eine Währung reinsteckt, beziehungsweise alles zum Beispiel in US-Dollar steckt, weil dann hat man neben dem Aktienrisiko eben noch das Währungsrisiko, was man betrachtet. Aber jetzt hast du ja zum Beispiel so große amerikanische Unternehmen, die haben ja an sich schon eine Währungsdiversifikation im Unternehmen drin. Beispiel Apple, die verkaufen ja auch iPads in Euros. Ja, ist richtig. Es gab sogar mal Indizes zu, es nannte sich Economic Exposure, genau richtig. Wo kommen denn die Erträge und wo kommen die Umsätze her? Aber trotzdem wird natürlich die Aktie immer noch von Apple jetzt in Dollar gehandelt. Und natürlich kannst du jetzt sagen, das Wohl oder das Weh der Firma Apple hat auch was mit Wechselkursen zu tun, richtig. Aber trotzdem bin ich schon der Meinung, dass original jetzt erstmal der US-Dollar für eine Apple überwiegt, selbst wenn sie jetzt in Südamerika irgendwelche iPhone-Verkäufe macht. Okay. Das heißt, wie würdest du dann vorgehen? Wie würdest du dir so ein Portfolio zusammenstellen? Also du hast jetzt festgestellt, okay, du bist Euro-Anleger. Das heißt, du solltest schon eine leichte Übergewichtung Euro haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Übergewichtung gegenüber der Weltaufteilung, in Anführungszeichen? Genau. Das wäre jetzt meine persönliche Präferenz. Was man ganz klar sagen muss, ist, jeder Investor hat einen eigenen Geschmack. Anlageberatung kann und darf ich auch nicht erteilen. Aber man kann trotzdem aus meiner Sicht aus Diversifizierungsgründen ein paar Tipps geben. Und die Tipps lauten, streue breit, streue in die Regionen, vielleicht sogar auch in die Branchen, die der Investor selbst für zukunftsfähig hält. Das wäre dann schon wieder eher ein aktiver Ansatz? Genau. Aber das machen viele Investoren ja auch so. Die machen so ein Basis-, so ein Core-Investment, wo sie Geografie darüber abdecken. Also ich, entwickelte Märkte, Entwicklungs- oder Schwellenländer eher gesagt, vielleicht dazu noch ein bisschen Heimat irgendwie noch mit dazugemischt, sei es jetzt Deutschland, sei es Europa. Und dann gibt es viele Investoren, die noch Satelliten drum bauen. So ein Core-Satellite-System. Genau. Bin ich der Meinung, ist etwas sehr Sinnvolles, weil jeder kann damit genau seine persönliche Ansicht dann auch umsetzen. Und ob die Satelliten dann vielleicht kleinere Unternehmen, Small Caps sind, ob es bestimmte Trends gerade sind oder ob es eine Industrie ist, das ist dann für jeden dann selbst überlassen. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich erstmal darüber im Klaren wird, was für eine Strategie möchte ich machen. Möchte ich jetzt, was sage ich, 95 Prozent in meinem Core? Und das wird dann etwas sein, was ich über die nächsten 15, 20 Jahre halte haben. Oder habe ich eher mehr Spaß daran, mir auch jetzt immer die neuesten Trends rauszusuchen? Das wird dann aufwendiger natürlich. Und die Frage ist ja auch, sind diese Trends dann immer so langfristig unterwegs oder muss man die alle paar Jahre sich auch mal anschauen oder ist vielleicht irgendein Trend dann auch mal wieder abgeknickt? Und vor allem, wenn ich schon den Aufwand betreibe, sind dann diese Trends viel versprechender als mein Core. Weil im Endeffekt das Ziel von solchen Satelliten wäre ja, dass sie quasi eine Überrendite gegenüber meinem Core erzielen. Oder man hat einfach nur Spaß daran. Ja, aber es macht ja auch Spaß, Rendite zu verdienen. Absolut, genau, klar. Okay, also wie würdest du das Core aufbauen oder welche Möglichkeiten gibt es da? Es gibt ja eine 1-ETF-Lösung, eine 2-ETF, eine 3, eine 4, eine 5. Ich glaube, man sollte es nicht übertreiben. Ich glaube auch, dass man mit 1 oder 2 wahrscheinlich zu kurz dran ist. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte. Ich würde mal sagen, so 4 bis 6 ETFs werden es wahrscheinlich für das Core dann sein. Dann hat man sowohl seinen geografischen Fokus, vielleicht jetzt Deutschland oder Europa abgedeckt. Damit hat man dann wahrscheinlich weltweite Industrieländer abgedeckt. Dann hat man wahrscheinlich auch sich entwickelnde Märkte abgedeckt, also die Emerging Markets. Und wenn es nicht in dem Weltindex sowieso schon drin ist, vielleicht noch ein bisschen Amerika dazu. Und dann ist immer noch die Geschmacksfrage, Japan, mag man es oder nicht? Viele Institutionelle mögen Japan. Bei Privatkunden habe ich immer das Gefühl, dass Japan nicht so richtig angesagt ist. Okay, und das heißt so eine Aufteilung 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets ist dir zu kurz gegriffen? Weil nur 2 ETFs? Genau, also kann man in einer ganz simplen Variante machen. So mache ich es persönlich, bloß ein bisschen Immobilien, das war's. Ja, ist fein. Trotzdem persönlich würde ich, und so mache ich es, immer noch ein bisschen Lokales dazu mischen. Weil wenn du dir anschaust, wie viel Gewicht hat Deutschland im MSCI World, ich glaube es sind 4%. Sehr wenig. Ich weiß es auch nicht auswendig. Genau, aber auf jeden Fall ist es wenig. Wenn du dir dann anguckst, wie viel hat Europa an Gewichtung, ist es auch immer noch ziemlich wenig. Und da finde ich es persönlich ganz schön, da nochmal irgendwie ein bisschen mehr Homebuys reinzubringen. Das ist jetzt aber eine persönliche Geschmacksfrage. Das war auch absolut ein Gedanken, den ich hatte. Ich war bisher aus Faulheitsgründen, hatte ich noch nicht Lust gehabt, da zu recherchieren und herauszufinden, was jetzt die beste Variante ist, um Europa überzugewichten. Der Punkt ist ja auch, dass wir in Europa einen etwas weniger entwickelten Kapitalmarkt haben, als jetzt zum Beispiel die USA. Sprich, du hast sehr, sehr viele große und mittelständische Unternehmen, die aber nicht an der Börse gelistet sind. Sprich, die also in diese marktgewichtete Betrachtungsweise gar nicht reinfallen. Das heißt, dieses Ganze, was wir halt haben hier in Deutschland, so der starke Mittelstand, ist ja überhaupt nicht an der Börse vertreten. Frankreich ist ja zum Beispiel ein bisschen anders. Frankreich ist ja vom Bruttoinlandsprodukt her schwächer als Deutschland, aber trotzdem mit einem größeren Kapitalmarkt, oder zumindest mit einer größeren Gewichtung in den Indizes drin. Ja, und die Frage kommt regelmäßig auf. Wie sieht es aus mit Mittelstandsinvestment? Muss man ganz klar sagen, geht über ein ETF nicht. Diese Unternehmen, und wenn man sich die Definition von einem Mittelstandsunternehmen anguckt, ich glaube, es ist unter 50 Millionen Jahresumsatz und mitarbeitermäßig irgendwie, ich glaube, 15 bis 250 oder 15 bis 500. Also wir reden hier über auch gar nicht so kleine Unternehmen. Aber auch teilweise ganz große, die nicht an der Börse sind. Bosch, was gibt es noch, Aldi, es gibt ja Giganten in Deutschland, die nicht an der Börse sind. Genau, das sind dann eben privat gehaltene Unternehmen, die mögen vielleicht aus Rechtsgründen eine AG sein, aber dann haben sie vielleicht drei Aktionäre oder eine Stiftung, die dahinter steckt. Das heißt, dieses Segment wird man nie als normaler Investor irgendwie bearbeiten können, da wird man nie rein investieren können, außer man fängt jetzt irgendwie an, über Private Equity oder sonstige Exotenanlagen zu reden. Dann sind wir aber im grauen Kapitalmarkt, deutlich weniger. Da ist man in einer ganz anderen Welt unterwegs, genau. Und man muss auch wissen, da ist man in einer Welt unterwegs, die natürlich viel weniger handelbar ist. Also wenn du mir jetzt einen Unternehmensanteil abkaufst, dann tust du das, ohne zu wissen, wann wirst du das jemals wieder loswerden. Das ist natürlich bei einer Aktie mit einem normalen Aktienhandel was ganz anderes. Und vor allem, wenn du auch weniger Liquidität hast, findet die Bepreisung auch weniger häufig statt. Das heißt, der Preis oder die, den wir gerade machen, können wir nur schwer mit anderen Investoren vergleichen, weil es ja wenige gibt, die gleichzeitig handeln. Genau, richtig. Und besonders ist es dann nochmal sogar ein Schritt weiter im Vergleich zu Immobilien. Immobilien gibt es ja relativ viele Objekte, die noch standardmäßig vergleichbar sind. Aber vergleich mal mittelständische Firmen miteinander. Da wird es sehr, sehr schwierig. Okay, bleiben wir nochmal ganz kurz beim Core, weil du gerade Immobilien angesprochen hast. Würde das für dich dazugehören, dann nochmal eine kleine Gewichtung Reads mit reinzupacken? Oder ist das für dich sowieso schon genug in den entsprechenden Indizes mit drin? Weil ich meine, im MSCI World hast du ja auch schon eine ganz, ganz gute Reads-Tranche. Ich glaube, so um die 5 Prozent. Also ich würde es für Core, würde ich persönlich es nicht sehen. Wenn jemand es haben will, würde ich es in Satellite packen. Okay. Und was denn dann so Satelliten? Also erkennst du mal so ein paar Buzzwords, also von den ganzen Fonds, die du aufgesetzt hast, wie viele potenzielle Satelliten hast du aufgebaut? Also aus meiner Sicht hauptsächlich Branchen, hauptsächlich Small, Mid-Caps und dann vielleicht, wenn es einem Spaß macht, noch irgendwelche Themen. Und Themen meine ich wirklich jetzt irgendwelche Trends. Was ist das zum Beispiel nur, dass man mal so ein bisschen Gedanken hat? E-Mobility, irgendwie Smart Cities, also alles das, wo man im Moment sagt, da sehe ich einen Trend. Aber natürlich muss man auch feststellen, wird das jetzt über die nächsten 10, 15 Jahre auch noch ein Trend sein? Das muss man beobachten. Okay. Und wie siehst du das mit Kryptowährungen? Gibt es da auch, wäre das auch so etwas, was man über eine ETF abbilden kann? Oder haben wir sehr viele Fragen zu bekommen, deswegen stelle ich die Frage? Nein. Also die europäische Regulatorik und auch aus meiner Sicht die Regulatorik weltweit, ist noch nicht so weit, dass Krypto auch nur annähernd in Richtung Fonds passt. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass es wohl in Südamerika wohl den ersten ETF oder Fonds, glaube ich, ist es sogar nur, auf Krypto gibt. Aber ich glaube, das ist etwas so Unreguliertes im Moment noch, der Kryptomarkt, dass das etwas ist, was nicht zum Thema hochreguliert und Fonds passt. Und wenn du über Futures gehst, es gibt ja Futures, die Kryptowährungen oder Preise von Kryptowährungen abbilden und Futures dürft ihr ja kaufen, das ist ja hochgradig reguliert. Ja, aber im Moment lassen die Regulatoren einfach keiner Fonds auf Krypto zu und da wird auch der Umweg Future nicht helfen. Mal sehen, ob es da in den nächsten Jahren Veränderungen gibt, aber insgesamt bin ich persönlich der Meinung, ist natürlich Krypto auch höchst spekulativ. Und dann ist die Frage, passt höchst spekulativ zu eigentlich sehr sicherheitsbehaftet Sondervermögen Fonds? Da gibt es wahrscheinlich einen Bruch. Okay. Wie sieht es mit Rohstoffen aus? Kommt das in Core, kommt das in Satellite? Wie bildet man Rohstoffe ab? Da gibt es verschiedene Sichtweisen, ob es zu Core oder zu Satellite gehört. Ich würde sagen, es gehört eher zu Satellite, insbesondere für den Privatinvestor. Für den institutionellen Investor gehört es vielleicht sogar zu Core. Ich persönlich würde mich dazwischen entscheiden, ob ich es mit nur Gold mache oder ob ich es mit einem ganzen Korb von Rohstoffen mache. Ich glaube, die wenigsten Investoren, wenn sie jetzt nicht höchst professionell sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind in der Lage, sich Einzelrohstoffe auszusuchen und zu sagen, der Natural Gas Future ist gerade im Moment günstig, deswegen muss es Natural Gas sein oder Kupfer ist zurzeit. Deswegen, wenn man es, glaube ich, als Langfristanlage nimmt, muss man sowieso aufpassen, weil natürlich Rohstoffe, bis auf Gold jetzt gesehen, alle eben über Terminkontrakte gehandelt werden. Das hat eben spezielle Konventionen und da muss man zusehen, dass man diese versteht. Das heißt, für ein Langfristinvestor und ein Privatinvestor sind Rohstoffe wahrscheinlich etwas, wo man sich auch erstmal ein bisschen einlesen sollte, bevor man jetzt sagt, das wird ein zu großer Prozentsatz. Damit man keine echten Überrendite rechnen kann, zumal du auch keine Ausschüttungen hast. Genau, du hast keine Ausschüttungen und du hast das Thema eben Terminkontrakte. Es wird irgendwann der Terminkontrakt, den dein Produkt gerade hat, fällig und dann muss in den nächsten Terminkontrakt gerollt werden, wie es sich nennt. Das heißt, man verkauft den alten, kauft den neuen und da gibt es Preisdifferenzen meistens zwischen und die muss man verstehen und man muss wissen, wie sie zustande kommen. Das heißt, wer jetzt basismäßig sich ein Portfolio aufstellen will, würde ich erstmal sagen, Rohstoffe ist sicherlich mal was für Fortgeschrittene, würde ich mich nicht am Anfang gleich mit beschäftigen. Okay, cool. Jetzt haben wir unser Portfolio, in der Theorie zumindest, jetzt logge ich mich bei meinem Broker ein, gucke, ob ich die dort kaufen oder besparen kann und jetzt sehe ich mich vor so einem ganzen großen administrativen Aufwand, oder nicht administrativen Aufwand, aber es gibt ziemlich viele Häkchen, die ich ticken muss, dass ich dies gelesen habe, dass ich das gelesen habe, dass ich diese PDF gedownloadet habe. Was sind das alles für Dokumente? Also, es gibt zwei Arten von Dokumenten. Das eine ist erstmal, was muss der Broker dir zur Verfügung stellen aus seiner eigenen Welt und was muss er zur Verfügung stellen, was das Produkt betrifft. Was er aus seiner Welt zur Verfügung stellen muss, ist viel, er muss sich über die Kosten aufklären, die entstehen werden, nicht nur die Kaufspäßen. Sogar die hypothetischen, die Verkaufskosten. Genau, richtig. Also, da gibt es aus der Regulatorik raus eine sehr ausgefeilte Definition, über was er dich alles aufklären muss. Ob das alles sinnvoll ist oder nicht, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Aber gleichzeitig muss er dir eben auch die Fondokumente zur Verfügung stellen, damit du weißt, was für ein Produkt kaufst du überhaupt. Und da sind es hauptsächlich zwei Dokumente. Das sind einmal die wesentlichen Anlegerinformationen. Das ist ein Zweiseiter, aber auch sehr standardisiert vorgegeben von den Aufsichtsbehörden. Nee, das Factsheet ist ein Marketingmaterial, wohingegen die wesentlichen Anlegerinformationen sind regulatorisch vorgeschrieben und fast jede Kategorie mit den Details auch klar definiert, was da drin stehen muss. Das heißt, da gibt es einen bestimmten Balken oben, wo drin steht, in welcher Risikokategorie befindet sich das Produkt. Dann gibt es einen Paragraphen oder so eine Box zum Thema Kosten. Dann gibt es eine Box zum Thema, was ist überhaupt das Anlageziel des Fonds. Das ist alles ganz standardisiert, damit ein Investor also auch sich das nebeneinander legen kann und feststellen kann, was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten, die er sich da gegebenenfalls anschaut. Okay. Das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung. Dazu gibt es dann noch den Verkaufsprospekt. Der erschlägt einen. Zumal dort auch sehr viele Fonds auf einmal reingepackt werden. Genau richtig. Genau richtig. Das heißt, man darf Ewigkeiten scrollen oder mit Ctrl-F die ISEN-Nummer suchen. Genau richtig. Das heißt, was man hier meistens hat, ist einen allgemeinen Teil. Da wird beschrieben, wie funktioniert der Fonds, was sind die allgemeinen Risiken des Fonds, was sind die handelnden Parteien, die in diesem Fonds beteiligt sind. Und dann hat man eben noch für jeden einzelnen, zu jeder einzelnen ISEN hat man dann einen Kapitel, einen Anhang. Und wenn man das jetzt komplett lesen möchte, was seinen Fonds betrifft, dann muss man den allgemeinen Teil lesen plus den Anhang des Fonds, wo du gerade sagst, mit Ctrl-F, dann wird der ISEN suchen. Okay. Und was stehen dann für Dinge drin? Also ist da auch eine Auflistung der Wertpapiere, die ich dort finden kann? Nein. Also was in dem Prospekt drinsteht, sind erstmal ein ganz großer Teil an Risiken. Was kann schiefgehen mit deiner Anlage? Dann wird beschrieben, wie wird dieser Fonds überhaupt betrieben? Wer macht was? Und dann findest du in dem Anhang zu deiner ISEN, findest du dann nochmal, jetzt Fall von einem ETF, was ist der Index, was sind die Kosten, schüttet er aus, thesauriert er? Also dann eher die speziellen Dinge, die sich auf deiner Anlage dann... Sind da auch solche Termine, also Thesaurierungstermine drin oder Ausschüttungstermine drin oder... Nee. Also ein konkreter Termin wird da nicht drinstehen, sondern da steht nur drin, diese Anteilsklasse, diese ISEN ist ausschüttend. Vielleicht steht da noch drin, sie plant einmal im Jahr auszuschütten, aber das ist etwas, wo die Fondsgesellschaft sich das selbst dann im nachgelagerten Prozess definieren kann, schüttet sie im April aus oder schüttet sie im August aus. Wo du die Wertpapiere findest, ist dann wiederum der Rechenschaftsbericht. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie eine Bilanz eines Unternehmens. Genau, Jahresabschluss. Genau richtig. Da steht dann drin, was waren zum bestimmten Stichtag die Positionen, die der Fonds gehalten hat. Dann gibt es meistens noch eine Gewinn- und Verlustrechnung. Die ist eher unspannend, weil sie eben nur Fonds intern, aber nicht dich als Investor betrifft. Und das Ganze ist dann nochmal testiert vom Abschlussprüfer, einmal pro Jahr. Das heißt, ich kann dann sehen, durch diese GUV vom Fonds, ob der Fonds überhaupt Geld verdient mit diesem, sorry, die Fondsgesellschaft Geld mit diesem Fonds verdient. Nein, es ist die GUV des Fonds. Also, welche Wertpapiere hat der Fonds verkauft, wie viel Geld hat er dafür erlöst, welche Wertpapiere hat der G kauft, welche Einnahmen hat er über Dividenden gemacht. Das ist aus meiner Sicht für den Endinvestor nicht wirklich aussagekräftig, sondern es ist eben die Bilanz seines Vehikels, weil das trifft natürlich nicht genau auf den Kauf- und den Verkaufszeitpunkt des Investors zu, sondern es ist eben das Geschäftsjahr des Fonds. Aber es ist rechtlich gesehen notwendig, dass eben ein Jahresabschluss erstellt wird. Okay. Gut. Perfekt. Ja, genau. Du hast noch über das Factsheet gesprochen. Das, ehrlich gesagt, schaue ich mir das meistens an, weil da hast du eigentlich alle Informationen relativ schnell zur Verfügung. Reicht es sich, sowas anzugucken oder kannst du aus rein regulatorischer Sicht nicht sagen, nein, das reicht nicht? Ja, also aus regulatorischer Sicht reicht es eben nicht, weil du siehst, du klickst das Häkchen an, du guckst dir die wesentlichen Anlegerinformationen an und du hast den Prospekt zur Kenntnis genommen. Aber es ist natürlich auch so, dass das Marketingdokument Factsheet dir natürlich einen guten Überblick darüber gibt, was ist die Allokation des Fonds. Und das muss fehlerfrei sein auch. Also ich meine, es gibt ja viele fehlerhafte Informationen im Internet, aber das Factsheet liefert mir halt die Informationen von der Fondsgesellschaft. Es kommt von der Fondsgesellschaft, es kommt von der Quelle direkt, wird es in 100% der Fällen fehlerfrei sein. Natürlich nicht, weil überall irgendwie mal Fehler passieren. Aber ja, es sollte fehlerfrei sein und es sollte aus meiner Sicht möglichst Geografie darstellen. Es sollte Schwerpunkte darstellen, sprich Währung zum Beispiel oder zum Beispiel Industrien und mindestens mal irgendwie so Top 10. Genau, richtig. Und natürlich was zum Thema Kosten sagen und zum Thema Fondsgröße auch. Okay, und in dem Kontext die Frage, was ist ein Umbrella-Fonds? Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie aufgeschrieben habe, aber das habe ich bei euch in den Fondsprospekten gesehen. Ich wusste es aber nicht, was das heißt. Also alle Fonds, die du in Luxemburg siehst, die ein bisschen mehr als eine Isen haben, könnte man fast sagen, sind Umbrella-Fonds. Umbrella-Fonds heißt, das hatten wir gerade eben mit dem Verkaufsprospekt, du hast einen allgemeinen Teil und danach hast du Kapitel. Und der Umbrella ist sozusagen der allgemeine Teil. Und die einzelnen Isens, die einzelnen, es nennt sich dann auch im richtigen Wort Teilfonds, schlüpfen dann unter diesen Regenschirm drunter. Wie ist das rechtlich organisiert? Es heißt C-Cuff, das ist eine Aktiengesellschaft auf, eine Investmentgesellschaft auf Aktienbasis. Das bedeutet also, dass der Fonds selbst ist eine Aktiengesellschaft und die Aktionäre sind die Anteilinhaber der Fonds. Und der Umbrella ist das Gesamte und darunter schlüpfen dann sozusagen diese einzelnen Teilfonds. Sei es jetzt ein DAX, ein MSCI World oder ein S&P 500. Aber das, was alles auf Gesellschaftsebene passiert, passiert eben auf Umbrella-Ebene und die Teilfonds sind dann aber separat unterteilt, sodass da also auch keine gegenseitige Haftung besteht. Okay, verstehe. Aber das sind dann jeweils immer komplett untechnische ETFs. Also es wird nicht unter einem Umbrella jetzt zum Beispiel die Ausschütten und die Thesaurierende Variante von demselben, sondern es ist wirklich alles von MSCI USA bis zu Taiwan. Absolut. Also da sind Ausschütter zwischen, da sind Thesaurierer zwischen, da sind alle möglichen geografischen Themen zwischen. Da kann auch eine Hedge-Variante zwischen sein. Das hat damit nichts zu tun. Es ist aber ein rechtliches Vehikel. Das heißt, wenn du einen Anteil von dem Luxor DAX hast, dann bist du eben Aktionär von der Seeker, von der Investmentaktiengesellschaft Luxor in dem Fall. Okay, perfekt. Super. Ich glaube, wir haben einen ziemlichen Rundumschlag gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, der zweite Teil meines Interviews mit Arne hat dir gefallen. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, wo wir über das Thema Short-ETFs oder auch zum Beispiel Wertpapierleihe gesprochen haben, dann solltest du dir auf jeden Fall das Video hier anschauen. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.